Die zweite Belagerung von Antwerp, die ersten Tage nach Aufhebung der Blockade, wo nun zur Führung von der Kornis und Rassau angewendet, dass die Schirke der Belagerer so gestorren und so wollte die Artillerie-Stulker als die Munition, die sie senden, in die Verstrung zu bringen, aber die schnell aufeinanderfolgenden Unfälle, welcher von Soelle, zureckten die Franzosen, warte wieder vor diesen Platz zurück. Der Verlust der Artillerie-Equipage benahmende Hoffnung, eine neue Belagerung unternehmen zu können. Es war jener Equipage mit Grosemure aus den verschiedenen italienischen Festungen zusammengebrägt worden und fast günstig verloren gegangen, in dem wird nun die Witterung schlägt und es wird in einer Seite. Wird das Klima seiner Verwurstungen beginnt, die Eröffnung der Laufbegräfen und der Dienst in demselben sehr nacktheilig für die Truppen geworden sein. Da also der französische General seine Belagerung geschoben zur Hand hätte, womit er gewiss sein konnte, waren drei Insektsfrocken zu nehmen, vorgab er es auf, eine neue Artillerie-Equipage herstellen zu lassen, indem sie vielleicht erst dann fertig geworden sein werden, wenn neue Reignisse in Genetik hätten mit der wiederholten Verlust, und desselben die Belagerung des Ruhes weiter mal auszuheben, er begnügt sich daher mit einer bloßen Blockade. Der General Saruget wurde damit übertragt, er gefeuert von Olo und der General Dalawane. Der Bürger fuhrte an, sie besetzten diese Presse und ganze Regio, werfen den Feind in die Festerung und schlossen sie in ihr ein. Man strebte die Schanzen und Werke, um die Stadt zu verwehren und so wenig Mannschaft als möglich zu bedürfen, denn die Mut des Vaters verminderte die Saal, der Belagerer mit jeden Tag nur mit Schrecken sah, man verraßt das mit dem Herbst, die Krankheiten noch zu nehmen mussten. Allerdings, die Titi Garni-Sohn und die Namli-Kenn-Obole, und die Gye-Kenn-Verlust. All right. Good night.